Ja, siehste? Genau. Tschö! Schöne! Heute das Schöne! Was? Feuerzeug! Schöne Feuerzeug! Da oben, da oben, da! Nein, ja! Oh! Ah! Ah! So, erst mal singen! Okay, jetzt aber mal so richtig! Ja, laut! Jetzt können wir ja die arabische Version! Nein, die arabische Version! Okay, dann drei! Aber mein Deutsch ist nicht so gut! Du bist aber englisch! Nein! Oder was soll man singen? Ja, englisch oder deutsch? Also, vietnamesisch können wir jetzt nicht! Oder heute kann es regnen! Wer kann das nicht singen? Ja! Ja! Echt nicht! Okay! Mit dir lernen! Heute kann es regnen, stürmen oder schneien! Denn du schneidest ja selber wie der Sonne schreit! Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir! Alle deine Freunde freuen sich mit dir! Alle deine Freunde freuen sich mit dir! Wie schön, dass du geboren bist! Wie schön, dass du geboren bist! Wir hätten dich sonst sehr vermisst! Wie schön, dass wir beisammen sind! Wir gratulieren dir für Geburtstagskillchen! Wir haben alle wünsche! Ja! 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 Also, das ist Schokolade, Passionfood und... Belgien? Und, wie heißt das? Acai? Also, Robi, Coffee etc, alles Mögliche! Wir können das teilen, wir können das teilen, wir können das teilen. Ich will nicht die erste sein mit dem Kuchen. Ich würde gerne vom Mokko aushaben. Ja, schneiden wir mal mit den Kleinen. Haut ab. Passt doch. Wird das jetzt Fotos oder wird das alles mit Videos? Und jetzt fällig im Livestream. Das ist nicht gut. Es gibt eine böse Schrie. Ja, was ist das? Echt? Gut, dass ich das immer aufstehe. Ja, genau. Oh, 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 oh. Nein, ich weiß nicht. Aber es passt doch das besser an mich, okay? Ja, genau. Ach so, zu hoch nehmen. Ja. 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 Hast du Freunde? Nee. Also wer will denn was? Machst du das abhängig von der Schriegermattung? Wer möchte das haben? Das willst du haben? Ja, okay. Dann noch einmal noch andere. Ja. Ja. Das ist gut zu haben. Ey, das ist fruchtig. Ja. Mach mal einen Klapp nach vorne mal. Das frucht hält erst recht. Das hier. Ja, danke. Two Shots auch noch gerne. Schuhschnapps. Oh, ja. Oh, ja. Das geht, oder? Nee. Das fängt doch nicht ganz gut, weil das nicht so hoch ist. Tastes like Summer. Summer. Summer? Summer. Ja. Ja, ja, komm. Noch mal, komm. Ach komm, gön. Jonas! Anis, was darf es für dich sein? Die zweite Schwiegermutter. Die zweite Schwiegermutter. Oh, ja. Ja, ich setze mich jetzt auch schon mal hier. Ja, da vorne. Das hier? Da wollen wir was hin. Ich habe aber keine Gabel. Das heißt, ich habe gar keine Schwiegermutter. Das ist zu hoch. Ja. Bleibt nicht den. Zu dünn. Dann nehme ich den irgendwie und einer davon. Bestman heißen die. Ja, ja. Ja, ja. Gibt es auch hier. Aber das haben wir halt auch schon gesehen. Klar. Komm, wir können lernen. Das ist sehr gerne. Also, Sack hat da auch glaube ich 3, Bestman. Und... Denkst du halt... Emma hat irgendwie 10, 10, 10. Hast du das auch inzwischen? Bestman? Weiß ich nicht auch. Immer diese Bestman-Speech. Auf jeden Fall. Ja, toll sie es dir. Ja, toll sie es dir. Ja, das ist der so eine kleine... Aber der kann auch mehrere. Ja, man kann auch mehrere haben. Aber es gibt einen... Einer muss unterschreiben. Ja, einer. Brautjungfer. Es gibt auch viele, die... Brautjungfer. Brautjungfer. Oder? Brautjungfer. Ja.